Woa! Ich weiß, ich bin der Regen, genau der Spinn. Woa! Meine Warten haben schon Jeden wird hier gut verloren. Nur von Werten klingt man und tun. Das sind wir immer tun. Und alle! Über dem Wolken Muss die Freie Sieg mal ran, und er ist zu groß sein. Alle depends, in allen alle silken. Die Warten kommen und nach... Ja, wir wollen. Ja, wir begrüßen sich. Ja, wir, wir! Ich möchte ein Warten. Also, ihr seid unglaublich, ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert, aber wir haben jetzt Sommernacht angeholt und jetzt lasst uns alle gemeinsam fliegen. Komm, jetzt sehen wir noch die letzte Runde zum Abheben und jetzt will ich... Und ich sag, heute ist so ein schöner Tag, la 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 la, heute ist so ein schöner Tag, la 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 la, was macht? Könnt ihr noch? Könnt ihr noch? Okay, zünke Tag, zünke Tag! Also, jetzt muss ich euch mal was sagen, da oben steht einer in diesem blauen Kostüm. Ihr kennt ihn alle und es ist der wahre Meister, ja, der wahre Meister der Zelten. Der ist der Einzige, der einen Sexmaster hat, meine Herren, ihr habt Männer, ihr dürft jetzt nicht neidig sein. Aber wir waren froh, dass er es hingekriegt hat mit dem Zelt. Er hat in der Zirkuszeit mit dem Landauer Zirkusweihnachtszelt abgebaut. Jetzt müsst ihr euch überlegen, er hat das Ding abgebaut, hat alles nach Dahn geschafft, hat den Dahn aufgebaut und nächstes Jahr hat er noch 14 Tage weniger Zeit. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich weiß, du kriegst den Jackel Bassart! Also, der haut mächtig auf die Trommel drauf und ich weiß, es ist halt ein richtiger Fastnachtsjunge, oder? Ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich weiß nicht, wie du das machst.